Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Ausweitung der Sonntagsarbeit in einem Grundsatzurteil eingeschränkt. Die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Videotheken, Büchereien und Callcentern an Sonn- und Feiertagen sei nicht erforderlich, um besondere Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken. Geklagt hatten zwei evangelische Dekanate und die Gewerkschaft Verdi gegen eine Verordnung des Landes Hessen. Das Arbeitsgesetz erlaubt es nur in Ausnahmefällen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen zu beschäftigen.